ja wie gesagt also ferienlager ich denke mal das was ich vorhabe passt ihr da am besten vor allem wie gesagt es ist relativ weit weg vom korn ihr könnt euch dann hin vor wenn ihr lustig ich komme hier gerade vor wie mit ihnen die hat das auch gewaltig herum galoppiert unter ja was geht es geht wir gehen ganz viel ok eine runde essen und dann schnöker ich mal wieder auf der map ich so mal wieder rein ob wir hier noch irgendwas haben wir sollten uns ein bisschen mehr südlich jetzt halten weil sonst kommen wir wieder genau auf das gebiet was aufgedeckt ich bin im blumenwart gerade ok ich schon wieder blumen pflückt ja ich habe übrigens einen kleinen begreifen ja wir sind ja ist klar dass wir gleich über das große wasser müssen ich versuche es zu vermeiden weil der kann nämlich nicht ins boot einsteigen noch nicht mimi ist im hintergrund am rumbasteln während ich den fuchs hier auch einen kleinen begleiter hier gibt es so viele schöne sonnenblumen aber habe ich schon meine brauche ich nur vermehren also ich sammeln momentan wirklich nur sachen die ich wirklich definitiv nicht da vorne ist eine sauvanne aber ich schon ich schon Und